Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so ein Schraubglas bzw. Gurkengras ganz einfach ohne Anstrengung aufmachen und öffnen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Der Deckel hier oben lässt sich ohne weiteres kaum öffnen. Es hat einfach den Grund, da hier in unserem Glas ein Vakuum drinnen ist und dadurch die Gurken um einiges länger haltbar sind. Das hat natürlich seinen Vorteil. Ich zeige jetzt mal zwei ganz einfache Methoden, wie man den Unterdruck hier innen drin ganz leicht wieder wegbekommt und somit den Deckel auch sofort öffnen kann. Für Methode Nummer 1 brauche ich mal einen flachen Gegenstand, wie hier zum Beispiel ein Tafelmesser oder die Rückseite von einem kleinen Löffel. Und mit diesem Messer gehe ich jetzt mal zwischen Deckel und Glas hinein und dann hebe ich das Ganze auf. Normalerweise mache ich es so, dass ich das Glas hinstelle und von unten in den Deckel reingehe und dann hochhebe. Doch für das Video drehe ich jetzt mal mein Glas etwas hin, dass ich danach besser sehen kann, wie die Luft von außen hier hineinkommt, durch diese Luftblasen dann. Ich gehe mit meinem Messer also hier dazwischen und dann hebe ich einmal diesen Deckel ganz leicht nach oben hin auf. Und wir können sehen, Luftblasen sind sofort aufgestiegen, somit hat sich der Unterdruck auch schon gelöst. Und jetzt stehe ich mal das Glas hin, drehe noch den Deckel hier oben ganz einfach gegen den Uhrzeigersinn und schon haben wir unser Glas richtig geöffnet. Für Methode Nummer zwei müssen wir unser Glas einmal so leicht schräg nach unten halten, um uns eine Holzunterlage zur Hand nehmen, wie hier zum Beispiel so ein Holzschneidebrett. Bei mir kann das natürlich weg, da ich sowieso einen Holztisch habe. Und jetzt müssen wir mal den Deckel hier unten mit Gefühl auf diese Holzunterlage draufklopfen und dabei das Glas immer leichter drehen, bis hier wieder solche Bläschen nach oben steigen und sich somit der Unterdruck auch schon gelöst hat. Das mache ich jetzt einmal. Bei mir sind jetzt mehrere kleine Bläschen auf einmal hochgekommen, anstatt wie bei Methode eins so ein, zwei große Blasen auf einmal. Das sollte aber auch schon reichen. Jetzt einmal wieder schauen, ob es funktioniert hat und die Deckel gegen den Uhrzeigersinn drin. Ganz wichtig, ging ganz einfach auf, wie du sehen kannst. Und somit haben wir jetzt auch schon zwei Methoden gesehen, wie wir so ein Schraubglas ganz einfach sofort öffnen können. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens mehrere leere Eimachgläser hier oder auch so ein Holzschneidebrett zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markengestellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Geschäft hier für fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne mal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.